So Daniel, es war eine schöne Zeit mit dir, aber du hast jetzt einen Führerschein, Glückwunsch nochmal dazu, aber jetzt müssen sich unsere Wege leider trennen, aber wieso hast du eine Maske auf? Äh, blass mir doch ein. They see me rowing, they're haters. Wooh, Junge! Alex? Alter, Kaffeegotton, komm, wir betraffen die jetzt, wir betraffen die jetzt, ne? Hahahaha! 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 Warte, lebt die noch? Ey, die lebt noch! Ne, ne, die lebt noch! Gott, ich hau die jetzt so zusammen, also! Hahahaha! Ich hau die jetzt tot, ey! Hahahaha! Hahahaha! Na! Na! In der Mission sind sich immer zu lang in der Sonne! Was packst du mich an, Alex? Bist du schwul? Hahahaha! 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 KAYYEEE! Shit mal, Alter! Wir sind ein Squad und wir sind da, wir! Alex, ich bin da, Digga! Das ist ein Kebab! Das ist Kebab! Hey, das ist ein Kebab! Wo? Da! Ah! Ein Kebab! Aber hier ist keiner mehr dran! Mit allen drei Saucen! Ei! Erstmal Geld geblendet! Nein, das ist gar nicht groß! Das steht auf dem Berg! Doch, hier, Ketten, guck mal! Aber der ist vergammelt! Ein Kebab! Mit allen drei Saucen! Fuck all right, in der Pussy! Oh! Oh! Den Aiden! Den Aiden! Digga! Ich hab das hier unter Kontrolle! Ich hab Flug! Ähm, Stunden genommen! Ein paar Sekunden später! Nächster Rainbow! Was ist das denn?! Hahaha! 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 Ich seh nur so'n Rotor angekommen, Alter! Sorry, das war nicht mit Absicht! Später! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Mackey? Oh! Oh, Hitmarker. Mackey? Nein! Nein! Oh dear. Nicht dein Ernst. Oh man! Die K... Hä? Ich werf drü... Ich... Ooooooooooo... ... Der tübt ihn. Down Jessie. Scheiße. Er fällt auch noch. Ey, wie viele Lars. Oh mein Gott, der Big Mohamed. Ich muss jetzt aufpassen. Oh mein Gott, die Scha... Na... Ich muss die selben... Hure Söhne! Ich weiß nicht, wer ihr seid, Amunachol. Ich fick euch Amunachol. Ihr Scheißneifer! Ich rasier euch alle mit Shampoo Amunachol. Ey, krass, was der Typ hier Sachen macht! Man, das kann doch nix sein! Nein! Ha! Ja! Ich muss sieben! Ich muss mich verarschen, Mann! Jekeli! Mann! Ich bin ein scheiß Hamburger. Verdammte Scheiße, Mann! Aber ich will nicht mehr, weil ich alle kleinsten! Aber ich kann das tun! Du Anzond. Hä? Hä?! Ich bin done! Ich bin fucking done! Schön Dings. Och ne, Ilias! Ha, gefällt mir das. Snitch, Alter. Haha lose a bit. Du hohe armen, Sort! Ahh, ahh, ahh. Das ist ... Wie ne verrückte Mongo. Aoooah. Auuuuuoh. Ich hab grad die vehicles jugend sunny. Ois saß. Alter was geht bei Oli? Next, getrafftes Lebens. Oh mein Gott Ich hab's recorded Kommt auf Facebook Kommt auf Facebook Ne ich bin raus Ich bin raus Eins war nuklear Es ist kein Verweis Er bliebt so aus Na? Ey wenn wir gegen Mädchen verlieren Gell wir beide dann verkaufe ich Ich kann nicht Ich weiß nicht was so eine Empfindlichkeit ich spüren muss OOH GOD so gut wie sie aufgrund ich habe wie ich im Nosecope gegeben habe du schließt linke Hände hey sorry, sorry deswegen habe ich gewandt, tut mir leid sag mal Ich hab so gehört, gell? Ich hab gehört, irgend so'n Scheiß piepsen, hab ich mir gedacht, das ist irgendwie eine Scheißverfalle oder sowas, ich leg mich erst mal hin, nichts passiert, ich laufe weiter, boom. Okay Daniel, bevor wir jetzt losfahren, bevor wir jetzt das Anfahren üben, unsere erste Grundfahrübung, ähm, wieso liegt hier C4? Ähm, warum hast du ne Maske auf? Warum hast du kein T-Shirt an? Äh, wir haben Blas mit rein. Okay. Okay Daniel, wichtig beim Anfahren ist, ähm, in den Innenspiegel zu schauen, dann in den Außenspiegel und dann einen Schulterblick zu wagen. Siehst du, gerade ist hier ein Auto vorbei gekommen. Das ist natürlich ganz gefährlich, auch wenn kleine Kinder hier, ähm, mit ihren Fahrräten fahren, da sieht man die manchmal nicht. Okay, auf jeden Fall Daniel, schau in die Spiegel und dann fahren. Ja. Ja, ich denke es ist frei, da suche ich mal mein Glück. Okay. Und jetzt schalte ich in den zweiten Gang. Okay. Und jetzt in den dritten. Okay. Da vorne ist ein Stoppschild, pass auf. Pass auf das Stoppschild. Wo? Pass auf! Okay Daniel, heute ist ein großer Tag. Heute beginnt die Fahrprüfung. Ja, ich freue mich schon. Dein großer Tag. Heute kannst du deinen Führerschein haben, aber warum hast du eine Maske auf? Äh, warum liegt da hinten ein Titan? Warum kommt davon ein Titan? Dann zie ich die einfach. Ja. Ha, 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 ha. Er fällt einfach. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Alter, ist der Junge. Ich kann auch noch was da anziehen. Macht's unworked, Backe nicht. Vielleicht kommt der nicht gleich so halt so. Da oben. Guck mal, dieser Sturzflug. Alle Huren. Ich bin ganz unten. Darum bin ich mit. Hier bekommst du die Schlüssel. Du bist offiziell gepimpt. Yeah! Yeah! Doctor! Ich sing dir jetzt was vor, okay? Und du musst sagen, ob ich damit zu DSDS kommen kann, okay? Weil ich muss mich erst mal so vorbereiten drauf. Bis der Beat droppt, weißt, ähm... Das braucht er erstmal. So, jetzt droppt der Beat gleich. Hm. Jaaaaaaah. Hier. There's nothing to fear. And I know. That my heart will go on. Wolltest du mich friendzonen? Jaaa. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. Kevin, look mal die Brücke hoch. What? Oh my god! What? 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 Oh my god, that's safe! What? Er gibt mir auch K.O. Er gibt mir auch K.O. O k-O-O A-K-O E-K-O Ich fall runter. Mein Papi hat in deinem Post! Hallo Fodiiu. H不对巾. Schicken Weil oder … Jaa. Hallo, ich hätte gern einen Cheeseburger, zwei Chicken-Burger und ein Maggi-Fight. Und was noch? Ein Maggi-Fight. Ein Maggi-Fight. Das kam gestern in der Werbung.